ja leute ganz kurz ich habe vor allem beim livestream gesagt ich mache noch ein video über diesen server wo ich am schluss gespielt habe aber das problem also falls du das siehst ich wollte ein video machen aber es geht halt nicht das ist sein server dumm skiller punkt e punkt u punkt a eu tschuldigung aber es ist jetzt schon das wartungsarbeiten wenn ich selber beitreten will geht es ja nicht das ist ja wartungsmodus und das ist schon seit viertelstunde halbe stunde sowas also ich wollte heute wieder wirklich machen noch über den server wenn nicht muss ich leider leider muss ich morgen machen morgen mache ich ein video den server vorstellen ein bisschen und so und können gemeinsam zocken und ja das war immer so kurz das video noch weil ich wollte ich will sowas nicht wenn ich sage ich mache ein video und dann mache ich überhaupt kein video besser ich mache so ein video und sage es geht leider nicht als ich auch kein video mag ich einfach nicht also ich werde wahrscheinlich morgen ein video machen morgen nachmittag und morgen wahrscheinlich ein livestream also falls ihr live stream sehen wollt schreibt es mir in die kommentare oder like das video dann mache ich einen live stream auch wieder mal morgen weil heute ist es sehr cool eigentlich gewesen und ja gut ja das war es wieder mal wie gesagt wir machen morgen ein video und wir sehen uns morgen und ciao leute